Jenny! Ich habe einen Ingwer-Tee. Ich auch und er sieht aus wie... Pisse. Und jetzt geht's los mit Noobs in Action. Yay! Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn ich habe beschlossen... Ich habe gestern eine Doku gesehen. Die ist fat, sick and nearly dead. Übersetzt Niki? Fett, dick und fast tot. Nein, ich meinte übersetzt gleich Niki. Also quasi... Was war das denn? Dick? Egal, sag ich jetzt. Warum bist du? Ich wollte dich ärgern. Ich bin immer nett zu dir, weißt du? Ich lade dich hier ein und bringe dir Zeitkopf bei. Nein, eben gerade nicht. Was hast du eben gerade gesagt? Kaum bist du hier, ist so ein Ton hier. Ja, weil du sagst, wenn... Ja. Oh, pardon. Stand-Timer. Ne, aber ich habe beschlossen, ich werde einmal eine Fastenkur ausprobieren. Aber mit Saft. Das machen wir dann nämlich. Das war ziemlich cool. Kann ich das eigentlich auch mit Fleisch machen? So... Das kannst du bestimmt, wenn du den Planeten vernichten willst und das Leben für unsere Kinder auf diesem Leben... Ich mag Fleisch. Ja. Aber könntest du ein Tier töten? Und das dann essen? Ja, du könntest das. Jetzt bin ich ein bisschen schockiert, dass du so von mir denkst. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir selbst Hühner hole und die dann selbst aufschlachte. Aber ich kann die leider hier nicht halten, weil dann... Also ich habe schon mal ein Tier getötet und das gegessen. Was für eins? Ein Fisch. Ja, okay. Ein Fisch. Ein Fisch. Der kann aber nicht schreien. Aber der blutet auch. Ja. Ich habe auch ganz viel geangelt. Ich angel leider nicht immer. Ich habe so viel Angel-Equipment. Will jemand mein Angel-Equipment kaufen? Jetzt an Honor at Bonjour schreiben, wenn ihr mein Angel-Equipment braucht. Ich glaube, der Wert liegt insgesamt bei 5000 Euro oder so. Ich habe alles Mögliche. Also ernsthaft. Oder vielleicht angele ich auch nochmal. Nein, vielleicht angele ich nochmal. Ich nehme das zurück. Ich bleibe lieber Messi. Ich geh auch bei meinen Eltern rum. Aber was wollte ich sagen? Achso, eine Saft... Das ist eine Haarspange. Harkklammer. Eine Saftfastenkur mache ich. Einfach mal, um es zu testen, wie das ist. Weil angeblich, ich habe da noch mal viel recherchiert, bringt das halt nicht nur viel, wenn du eben abnehmen willst, sondern auch einfach mal deinem Körper Gutes zu tun. Also Fasten allgemein. Und ja, dieses Saftfasten sagt eben, du kannst nur Säfte eben trinken, aber dir selbst machen. Mit Gemüse und Obst. So, und das habe ich vor. Das will ich einfach mal 10 Tage lang testen. Und dabei Sport machen. Das ist quasi mein Experiment. Und was denkst du, wie gut tut das deiner Raune so? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sehr gut. Weil irgendwie alles, was ich ändere in meinen Gewohnheiten, das bringt mir immer viel Spaß. Ja? Ja. Und wie war das noch mit dem, ich bin komplett Vegetarier, das hat dir voll viel Spaß gemacht? Veganer. Veganer? Das hat mir auch Spaß gemacht. So die ersten 3 Tage oder so? Ich habe das ja im Monat komplett durchgehalten. Vegan. Dann habe ich angefangen langsam Eier zu essen, dann habe ich wieder ein Stück Fleisch. Es hat Spaß gemacht, aber dann habe ich es irgendwann, weiß ich nicht. Dann war es irgendwann Routine. Und dann geht es weiter. So nach dem Motto. Ich glaube, das ist so. Du hast so ein Problem, du brauchst immer ein Extrem. Ja, weiß ich. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ja, das ist ein Problem. Wieso? Du kannst nämlich, du könntest nicht stetig ein und dasselbe machen. Du musst immer irgendwas ändern und immer was Neues und immer. Ja, aber deswegen mache ich auch das. Du könntest jeden Monat einfach was anderes essen. Das wäre voll geil. Dann machst du hier so, einen Monat machst du vegetarisch, einen Monat ähm. Das wäre genau mein Ding. Paello oder wie der Scheiß heißt, einen Monat Saftfasten. Ich experimentiere. Vielleicht machen wir auch nur zwei Wochen Dinge, da kann man mehr machen. Und wenn ich irgendwas Neues habe, dann muss ich das auch sofort extrem ausprobieren. Ja. So ist das halt bei mir. Aber deswegen mache ich auch was ich will. Deswegen mache ich eben auch Bonjoa. Das habe ich dir gerade auch schon gesagt. Weil du bist der freiste Mensch der Welt. Genau. Selbstständig zu sein und was eigenes aufzubauen, heißt einfach frei zu sein. Man kann in unserer Gesellschaft nicht freier sein. Aber es heißt auch sehr viel Arbeit. Da sollte man nicht. Und Existenzängste und alles, was eben schlecht ist, auch dazu gehört. Aber wenn man irgendwann vielleicht so ein gewisses Grundlevel geschaffen hat, wie wir jetzt bei Bonjoa, dann ist das schon sehr erfüllt. Naja. Das hat auch schon ganz schön lange gedauert. Ja. Ach komm. Die paar Jahre. Das ist ja nur das Bild von uns. Oh ja. Ich hab hier ein Bild von Jenny und Mia. Ja. Das sieht glaube ich nicht so gut. Das muss man nicht schauen. Hbffs sind wir nämlich. Okay. Heute spielen wir StarCraft. Yeah. Es gibt ein neues Bild. Ja. Und du hast auf mich mal ein bisschen trainiert. Hier sehen wir. Ja. Bis auf Hader aufgestiegen. Ja. Toll. Und? Hattest du Probleme schon gegen Hader Computer? Ich hab gegen Hader noch nicht spielen müssen. Achso. Okay. Ja, dann wäre ich mal gleich ein bisschen. Was kann der neue Bild? Der neue Bild kann. Wir kriegen das Engineering Bay dazu, damit unsere Armee stärker ist. Und wie genau stärker? Ja. Die ist besser geschützt und kann besser schießen. Ist das nicht so? Man hat die zwei, 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 ich weiß nicht mehr wie sie heißen. Upgrades. Upgrades. Ja, aber ich weiß nicht wie die Upgrades heißen. Ja. Okay. Also wir haben zwei neue Upgrades durch das Engineering Bay und dadurch ist unsere Armee besser geschützt und sie ist triffsicherer? Sie macht mir Schaden. Sie macht mir Schaden. Sie ist schadenfroher. Keine Ahnung. Irgendwas mit Schaden. Prinzipiell richtig, ja? Okay. Was noch? Dann haben wir... Wie schmeckt dir der Ingwer-Tee? Der Ingwer-Tee schmeckt mir gut, aber ist sehr Ingwer-lastig. Dann habe ich heute gekauft. Ich stand im Biolan, eine halbe Stunde vom Tee-Regal, weil ich kann ja machen, was ich will. Und habe mir alle Teesornen durchgelesen. Aber ich stehe auch gerne mal eine halbe Stunde vor so einem Regal. Ja, aber ich mache das immer, wenn ich will. Ich kann das auch machen, wenn ich will. Nee, ich bin nur arbeiten muss. Ich muss ja nicht arbeiten. Ich bin ja Freelancer. Ich kann ja arbeiten gehen, wenn ich will. Okay. Jetzt lenken wir die ganze Zeit beim Thema ab. Auf jeden Fall. Was ist denn im Bild? Was haben wir denn noch Neues? Die Factories in Starport hatten wir letzte Woche schon, oder? Hatten wir letzte Woche schon. Achso, dann haben wir hier den Turm gegen Luftgeschöße, dessen Namen ich auch vergessen habe. Turret. Missile Turret. Turret. Der Turm, der gegen Luft, gegen Flugzeuge etc. schützt. Nennen wir den Turm. Der Turm. Ja. Ja. Den bauen wir auch. Ja. Und ansonsten ist da überhaupt nichts Neues. Eine Basis. Und das mit dem Bild... Das haben wir alles schon letzte Woche. Ja. Aber mit dem Bild haben wir prinzipiell erstmal alles, was wir brauchen. Wir haben Marines. Die können... Wir haben Marauder. Ja. Wir haben Marines. Die können sowohl auf Bodeneinheiten als auch auf Lufteinheiten schießen. Wir haben Marauder. Die können auf Bodeneinheiten schießen, aber machen halt ein bisschen mehr Power und halten mehr aus. Dann haben wir Medivacs. Die unsere Marines und Marauder heilen oder alles, was wir haben, heilen. Das heißt, wir können öfter... Wir können öfters den Stimpak benutzen. Dann haben wir jetzt sogar schon Upgrades, um unsere Waffen und unsere Rüstung zu verbessern. Ja. Und wir haben Turrets. Um unsere Basis gegen Luftgeschosse zu sichern. Und? Nicht gegen Luftgeschosse, gegen Luft Einheiten. Gegen Luft Einheiten. Und? Was können die noch? Genau. Und die können noch was? Ja. Achso, die können... Detektoren irgendwie... Die können... Also... Die... Die... Die sehen... Ja. Detektoren... Die sehen halt andere feindliche... 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 Feinde. Unsichtbare. Unsichtbare feindliche Feinde. Es gibt nicht unsichtbare Einheiten. Da gibt es übrigens auch noch Basics zu. Aber erst im nächsten Abschnitt. Weil... Das ist auch immer ein wichtiges Thema, was in den Kommentaren immer wieder aufgekommen ist. Auch bei Gino. Dass er gar nicht so weiß, was der Gegner kann. Für uns erstmal egal, was der Gegner kann. Ja. Außer wenn was unsichtbares ist, dann müssen wir halt das irgendwie aufdecken. Oder da so einen Flug einhalten, dann brauchen wir einen Turret von uns zu Hause. Ja. Den haben wir jetzt. Ja. Haben wir schon einen Scan? Und warum muss der genau in der Mitte stehen? Haben wir schon einen Scan? Nein, wir haben keinen Scan. Du hast das zwar beschrieben, aber wir haben noch keinen. Doch, habe ich doch. Nein. Wir haben das nur beschrieben. Ja, der steht auch da drin. Aber den müssen wir nicht machen. Na klar. Der hat ja unser Orbital Commander mit dem Scan. Aber den müssen wir nicht machen. Doch. Da. Scanner Sweep. Da. Darf mal ein tolles Offenblick. Ja. Warte, 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 warte. Scanner Sweep. Da. Oh, kass. Steht auch hier. Steht auch hier was Scanner Sweep. Die dritte Fähigkeit ist Orbital als der Scanner Sweep. Das können wir mit dem Scan-Kreis für den Reis irgendwo auf den Uskraten und darüber hinausdeckt. Der Scan für seinen Dauer. Ich habe das auch angestrichen, aber ich habe das irgendwie nie gemacht. Müssen wir auch nicht machen. Okay. Das ist halt nur. Müssen wir nicht machen. Wir müssen wissen, dass es den gibt, wenn es unsichtbare Gegner gibt. Unsichtbare Einheiten gibt. Die einfach unsere Army zerschießen und wir wissen nicht, was gerade passiert. Dann scannen wir nämlich da, wo wir gerade stehen. Und dann werden die unsichtbaren Einheiten aufgedeckt. Und die unsichtbaren Einheiten nutzt der Computer nie, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Oder erst bei Elite. Doch, ich habe schon mal gesehen, dass der... Es gibt auch fliegende... Es gibt sogar fliegende Einheiten, die unsichtbar sind. Die benutzt er, glaube ich, manchmal. Ich bin mir nicht sicher. Gut, das muss der jetzt noch nicht benutzt haben. Also das ist alles Vorbereitung. Falls wir... Also wir werden ja auch gegen echte Gegner spielen. Mit diesem Bild zum ersten Mal. Zwar es nur die Placement Matches und dann geht es direkt weiter Richtung 2 Base. Da geht es erst richtig los. Aber wir werden auch schon mit dem One Base Bild anfangen gegen echte Gegner zu spielen, um die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und theoretisch kann es ja sein, dass er unsichtbare Einheiten baut. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, gerade so am Anfang. Aber jetzt spielen wir erst noch mal diesen Bild als Warmer. Ich darf heute mit Niklas Maus spielen? Ich kann da nichts für. Ähm, deine Maus ist hier... Ich auch nicht. Während du dich hier aufgebaut hast, irgendwie, weil du die ganze Zeit gegen die Wand gehauen hast, als du ausgerastet bist. Jetzt haut sie nicht gegen die Wand. Ich raste gar nicht aus. Guck mal, ich bin harder. Ich habe gar nicht verloren letztes Mal. Ja komm, play. Ähm, ist die einfach kaputt gegangen. Ja? Da hast du mir eine Maus gekauft und die ist jetzt kaputt. Ganz toll. Ja. Ja, ist die gleiche Maus Cino hat. Bei ihm funktioniert die noch immer. Tja, vielleicht ist der Zettel mit seiner Maus. Komm, Konzentration jetzt. Hier, jetzt ist hier wieder ernst bei der Sache. Was haben wir ja besprochen? Das Depot bauen wir? Genau. Ich lasse das in der Nusche mal hinlaufen. Das war zu viel. Naja. Egal. Jetzt wird alles gut. Das liegt auch eben nicht. Sobald es fällt auf. Dann klippt es. Geht der Musik. Das geht nicht. Wie ist das denn? Jetzt heerst. Lass ihn. Jetzt im Moment. Die Abwechung wird alles ganz leer. Sie müssen verhängen. Und wenn man sie auch abtos. Was kann es gut? 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 sehr gut außer das wären genau in die mitte neben den command center so dass nicht die wege blockiert genau in die mitte neben den command center genau in die mitte ja da ist okay aber das war nicht perfekt genau in die mitte warum muss er da jetzt hin? klären wir gleich produzier es mal weiter zu supply depot das war's, alles gut, lassen wir mal anwerfen dann putzier weiter ok 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 da wird die mir eben im kopieren oder bewirkt? nö nö nö, brauchst nicht ich weiß, wenn es brennst, ich will weiter produzieren jetzt die ganze Zeit die Produktion rumhalten das 80 Supply ja es stehen noch ein paar CVs rum einen steht am Starport einen steht in der Mineral Line wenn du genau hinguckst in der oberen Mineral Line die ist das? das? nein, nein, das ist da hinter mach einfach einen Castdown auf dann klickst du immer drauf und weiter produzieren sehr gut und den Posting verheißen so, dann tue ich ja mal das kopieren dann den Rallye Point von Starport aufsetzen 20 Supply noch ach so, jetzt hast du alle auf einen CV geklickt guck mal, die meinen alle gar nicht musst du natürlich auf einen Mineral Patching klicken ja, das war auch sehr klar hab ich auch selbst nicht mitbekommen ähm und produzieren ja schon mal gucken, wo wir gleich hin wollen ja unsere Armee da genau ah, wohl eigentlich ist es bei 80 aber mach mal okay egal, jetzt sind wir los produzieren Ressourcen umhalten mit einer 5 die 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 du bist ja Komm auf die Minimap, wo die stehen. Du bist gerade ohne Minivax. Oh, deine Arme kämpft ohne. Schick nochmal alles zurück. Okay, jetzt greif an, greif an. Bleib drauf, bleib drauf. Das bringt nichts mehr. Produzier weiter. Und die Rampo. Alles auswählen. Shift, 3. Damit alles drin ist. Und go. Hoch da. Nächste Rampo. Und stemmen. Nicht die Arme auswählen, genau. Die Graden schummelt an. Wenn sie so lange mit ihr auf der Tag-Move sind, heilen die immer das, was in der Nähe ist. Ressourcen online. Komm, kommt wieder unter 1000. Medivax bauen. Gucken wir auf die Minimap, wo was rumsteht. Nach vorne stecken. Tag-Move, genau. Stimp. Wenn er ausgelaufen ist. Und weiter produzieren. Und jetzt hier. Was ist denn? Was ist denn? Jetzt kannst du immer wieder stimmen, wenn du ausgelaufen hast, ne? Wenn du einmal stimst, dann kommt dieser grüne Pfeil oder Blitz über den Kopf. Und wenn er ausläuft, dann kommt kurz den Orangen mal. Also du merkst auch, dass sie langsamer werden. Weiter produzieren. Da vorne stecken alles. Kann alles mit allem anpassen. Und da weiter unten links noch eine Basis. Unten links? Da. Ne, ne, noch weiter unten links. Da. Und das andere links. Ach so, links, rechts, da bin ich nicht so gut drin. Echt nicht? Nein. Nein. Ja, meine Schlüsse auch nicht. Und produzieren. Ja. Und die? Yes. Toll. Das lief doch. Wir haben Schnürchen. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich wieder deutlich verbessert. Ja? Gut. Cool. So. Und jetzt wollen wir gegen einen echten Gegner spielen zum ersten Mal. Ich habe Angst. Wieso denn? Ich habe Angst. Das ist ein Mensch. Genau. Und wenn nicht, ist auch egal. Okay. Es geht erstmal nur um dieses Gefühl kennenzulernen, wenn man es gegen einen echten Gegner kennt, weil das ist total aufregend. Victory Hub. So. Ähm. Wie spiele ich gegen einen echten Gegner? Da gehst du offranked rum. So, was die Sache ist, ich werde dir jetzt bei diesem Match ähm... Nicht helfen. Nicht helfen. Ja. Ich habe mir sowas schon gedacht. Warte noch. Wir reden noch über das Spiel gar nicht. Okay. Turret. Baum in die Mitte. Damit... Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Damit das deine Economy schützt. Das Turret schießt dann einen kreisförmigen Radius umsicherung. Ja. Okay. Und alles ist kreisförmig angeordnet. Ja. Okay. Verstehe ich. Genau. Und wenn dein Turret irgendwie weiter links steht, dann kann das Flügeinheit halt von rechts rein fliegen und kann dann noch ein paar Worker von dir erwischen. Und deswegen genau in die Mitte. Genau in die Mitte. Aber so, dass wir eben nicht die Wege blockieren von der SCVC am Main sind am besten. Wenn das so ein bisschen da unditschen ist okay. Aber nicht, dass wir einen kompletten Mineral Block... Deswegen nicht direkt in die Mitte, sondern in die Mitte zwischen Mineral und Base. Und aber genau in die Mitte von allem. Ja. Toll. Und... Jetzt ist der glorreiche Moment. Wir machen jetzt ein Letter Game. Toll. Du schaffst das. Ich drücke jetzt auf Play, ja. Ich glaube an dich. Du bist die Beste. Los. Ich gebe dir, wenn du was verkackst, sage ich Bescheid. Okay, wenn ich was verkackt sage. Aber denkt daran die Worker, um ans Gas zu nehmen. Mhm. Weil je später die Worker ans Gas... Dass du weniger Gas habe ich, desto später dauert als andere. Ja. Okay. Ist der andere jetzt auch harder? Oder ist der irgendwas anderes? Das ist ein richtiger Gegner. Ja, aber ist der... Der ist ganz schlecht. Scheißegal, was der macht. Ist Tartarin harder oder... Komm, du konzentrierst dich auf dein Spiel jetzt. Wo ist die? Da. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum machst du? Warum machst du? Das ist keine Anfrage. Genau so genug wie du. Sagst du? Weißt du das auch? Ja. Okay. Ich hab nicht aufgepasst, weil das X war. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Stell dir mal vor, das macht. Das hilft nicht. Was soll ich dir das helfen? Ich sehe den ja nicht. Okay. 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 1 Ich weiß nicht, was ich verwirrt bin, oder? Ich muss alles kaputt machen, entspann dich. Mhm. Mhm. Upgrade complete. Add-on, complete. Add-on, complete. Add-on, complete. Add-on, complete. Go ahead. What's going on? This better be good. Okay. Our SUVs are under attack. Come and get my food. Our SUVs are under attack. Not enough energy. We'll go ahead and get the SUVs. Mhm. Two? Mhm. I can't build here. Ehm. Not enough mirrors. Not enough mirrors. Not enough mirrors. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich probiere mal alles. Produzieren, produzieren, produzieren. Guck schon mal, wo du gleich hin willst. Defo runterlassen. Produzieren, produzieren, produzieren. Jetzt was? Sind sie bereit? Additionale Sicherheitspläne, spreche ruhig. Der ist mitten in deiner Army leider. Nimm einen anderen. Oder bau einfach da jetzt. Aber du musst deine Medi wechseln mit nach vorne nehmen. Der Fall ist jetzt gerade das Wichtigste. Die hast du mitgruppiert. Mach eine Technik mit der kompletten Army nach vorne. Dann fliegen sie mit. Da hin. Und jetzt gehst du zurück in deine Basis und baust noch ein Depot mit einem anderen Worker. In deine Basis. Okay, Angriff. Go. Ja, da hin. Produzieren nochmal. Und dann. Und dann. Produzieren. Und dann. Und dann. Du kannst. Vorwiegen. Mineral fields depleted. Mineral fields depleted. Yes, sir. Get ready for dust off. We're gonna travel now later. I'm gonna go to the left. I'm gonna go to the left. Is there a ready point before? No, hit the right. Das war ein richtiger. Ja. Toll. Cool. Super. Ich hab gegen Menschen gewonnen. Ja. Scorescreen? Mhm. Das können wir uns nochmal alles an. Das hast du ganz toll gemacht Jenny. Juhu! Yay! Hast du, warst du nervös? Ja. Und wie schön war das, als du seine Army weggefickt hast? Sehr schön. Ja. Toll. Cool. Was man übrigens, also was wir noch nicht versprochen haben, also es gibt so, man schreibt eigentlich am Anfang kurz GLHF einmal, ne? Aber egal, der hat auch nicht die Idee geschrieben am Ende. Aber am nächsten Mal. Man tippt dann quasi einmal ein, so Enter, GL, Leerzeichen, HF, nochmal Enter. Zwischendurch. Wenn man Zeit hat. Aber es ist halt, du bist halt noch nicht... Hat er das gemacht? Ne, hat er auch nicht. Also war's egal. Ja, aber wir sind ja nett. Ja, okay. Und was GLHF? Good luck, have fun. Ah, okay. Und wenn man verloren hat, dann schreibt man einmal GG, das heißt good game und dann gibt man auf. Okay. Wenn man nur unter Bescheid weiß. Aber hat er auch nicht gemacht? Ne. Und wenn man nicht aufgibt, sondern gewonnen hat, schreibt man dann auch irgendwas? Ja, meistens schreibt er, der aufgibt GG und geht sofort raus und du hast keine Zeit mehr. Aber eigentlich schreibt dann auch GG. Okay. So. Nur wenn du nicht irgendwann verwirrt bist. GL... Have fun. G-L-H-F. G-L-H-F. Weil wenn es einer tippt am Anfang, so zum Beispiel der Gino war das so, der hat so gedacht, oh Gott, der hat was getippt und hat dann überlegt und so seine ganze Bildorder verkackt. Deswegen sollte man das direkt in seine Bildorder versuchen zu implementieren. Okay. Also am besten auch gegen echten Computer. Weil das gehört sich einfach so, ne? Okay. Toll, Jenny! Toll gemacht! Toll! War der jetzt eigentlich Haber oder was war der? Der war ein Mensch! Ja, aber ist der dann irgendwas? Der war wahrscheinlich auch noch nicht gerankt. Äh, Magistery? Tartarin. Wahrscheinlich war der easy. Ne, der ist 42! Guck mal, der war schon mal Silber. Yay! Der hat lange nicht mehr gespielt, aber da war man Silber. Ich hab gegen einen mit Silber gewonnen! Ja, super! Der hatte mal Silber. Jetzt nicht abheben. So, und wir spielen auch noch ein One-Base-Bild. Wenn das auf zwei Vasen geht, dann wird es noch viel schwieriger. Also hier jetzt mal auf dem Boden. Aber du hast es toll gemacht! Du hast es toll gemacht! Du hast es toll gemacht! Du musst immer das mitten was hier finden. Du hast es sehr gut gemacht, aber jetzt nicht abheben. Okay. Gut! Ähm, ja, boah! Ja, also besser hätte es nicht laufen können, sag ich mal. Ne? Wir haben, äh, wir haben schon ein Stück des Weges geschafft. Du hast schon einige Basics gelernt. Und ich hab einen Menschen gekillt. Also... Du bist eine hervorragende Schülerin und du hast einen Menschen gekillt. Das war's mit Nups in Action! Äh, danke fürs Zuschauen! Wie wir schon reingehauen, letztens wurde gewöhnen wir immer Jenny. Äh... Schön, dass ihr zugeguckt habt. Ähm, und der Mörder ist nicht der Gärtner. Der Gärtner ist nicht der Mörder, oder? Nein! Der Gärtner ist nicht der Mörder! Du hast der Mörder ist nicht der Gärtner gesagt. Der Mörder ist nicht der Gärtner! Das ist dasselbe! Ja? Okay, Entschuldigung. Ich habe nichts gedacht.